Willkommen zum ersten Update zum Labocosmetica Nero, das Tire Dressing Gel. Gucken wir uns mal an. 48 Stunden später, ungefähr 220 Kilometer sind wir gefahren und das auch durch Schnee, Regen und auch noch ein bisschen Schnee und nochmal Salz auf den Straßen. Also das ist eigentlich nicht das Idealste für eine Reifenpflege. Wie schaut es aus vom Look? Ich habe hier schon mal drauf geschaut. Reifen natürlich ein bisschen nass jetzt, aber man sieht trotzdem gut den Unterschied zwischen nicht versiegelt oder nicht gepflegten Reifen und der gepflegten Stelle. Gucken wir uns mal gemeinsam an. Hier vorn unten hat man das ja auf der Seite aufgetragen. Da ist natürlich ein bisschen Wasser drauf, aber wir können eigentlich gleich 2 in 1 beurteilen. Einmal hier seht ihr deutlich nochmal die Stelle, wo das Produkt nicht drauf ist und das ist ein deutlicher Unterschied. Auch nochmal hier vom Look aus der Ferne bei natürlichem Licht. Wir haben jetzt keine Sonne, aber ich glaube man kann das sehr, sehr schön erkennen. Wunderbarer Unterschied optisch, schön aufgefrischt, schöne dunkle Oberfläche und das gleiche natürlich auch hier von den Tropfen. Schaut mal wie wenig Wasser hier auf der Oberfläche drauf ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schick. Also vom Look her und von der Hydrophobie hat auch nichts verschmiert, ist auch nichts irgendwie fleckig geworden. Man kann hier rüber gehen, es ist auch ultra glatt, wenn man hier rüber geht. Schaut mal dieses Wasser, wie sich das hier so direkt zusammenzieht an meinen Finger. Ist schon top, also gefällt mir echt gut. Also da erstmal hier ein großer Daumen nach oben und ich gehe nochmal ein bisschen aus einer anderen Position hier ran, dass man das auch nochmal schön sieht. Also wir werden uns das auch noch im Sonnenlicht mal anschauen später. Vielleicht haben wir beim nächsten Update da die Möglichkeit, aber aktuell ist es bei uns immer ständig nur bewölkt. Aber ich glaube, man kann es gut erkennen. Hier und auch hier oben, so ein bisschen von oben drauf geschaut. Das ist ja so ein bisschen die Position hier. Hier, unser Blickwinkel, unser natürlicher Blickwinkel, wenn man daneben steht, sehr schön. Gefällt mir gut und hat auch top gehalten, trotz der ganzen Nässe und des Salzes und des Drecks, der hier drauf geflogen ist. Sehr, sehr schön. Also, kurzes Update dazu. Und jetzt sprühen wir nochmal kurz mit ein bisschen Wasser drüber und ein kleines Fazit. Also das Nero nach 48 Stunden, ja alles noch ziemlich frisch, aber es hat trotzdem schon echt gut durchgehalten. Und ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt, auch hier bei diesen Witterungen. Und das ist natürlich absolut das schlechteste Wetter für eine Reifenpflege. Und wie immer können wir selber entscheiden, ob man eine Reifenpflege im Winter rauf macht. Aber es lässt sich, wenn man eine Garage hat oder einen Carport, einfach mal bei einem normalen, angenehmen Tag, wenn es jetzt gerade nicht irgendwie sturmt und schneit, lässt sich das da mal ruckzuck drauf machen. Und hält auch bisher sehr, sehr gut. Wir werden das Ganze auch langzeitmäßig betrachten. Jetzt hier nach den 48 Stunden, ist natürlich noch alles sehr, sehr jung und frisch. Aber wir schauen mal, in den nächsten Tagen gibt es für uns auch nochmal eine größere Strecke hier. Da fahre ich mit dem BMW mal, ich glaube ich müsste so 400, 450 Kilometer sein. Und da werden wir uns das Ganze nach 450, 600, 700 Kilometer insgesamt nochmal anschauen, wie es da vom Zustand ist. Weil da rollt es auch ziemlich flott und schnell über die Autobahn. Gucken wir uns an, viel Spaß beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr das Nero auch schon mal ausprobiert habt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wie hat es euch gefallen? Vom Auftragen her, vom Look her, Abwehrverhalten, Standzeit. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das ist aber noch so frisch auf dem Markt. Ich glaube, da gibt es noch keine Monatserfahrung. Da bin ich auch auf euer Feedback gespannt in nächster Zeit, wenn ihr euch das vielleicht auch holt. Bis dahin, Leute, haut rein. Und für mich heißt es wieder zurück in die Halle. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.